Ich schweb in der Luft und ich bin geflogen, weil ich nicht fliegen kann. Schatz, kannst du mal bitte ganz schnell den Stern rausnehmen? Ja, ja, von wegen Ex. Danke, kannst du wieder reinmachen. Tyrox riskiert eine ganz schön dicke Lippe hier. Dafür, dass er nicht mal Sand oder Glas hat. So, jetzt warte ich ab, bis im Chat steht, ey, lass mich. So, dann kommt da der Crucible hin. Okay. Ich brauche einen Karpelsturm. Ist nicht lecker? Ja, mach Platz. Da habe ich gerade irgendwas gehört im Hintergrund. Das haben selbst viel gehört. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, jetzt wird Lava hergestellt. Cool. Dauert zwar ein Weichen, weil wir gerade nur ein Crucible haben, aber ich mach gleich noch mehr. Haben wir dir gerade Kinder hingerichtet, Melvin? Nee. Das hört sich so an. Ich will es mal nicht hoffen. Das hört sich aber voll so an. Dislike die Drecksache. Genau. Wir sollen dich disliken. Okay. Wann bringst du die ersten Videos auf YouTube? Coole Frage. Lull. Anzuft. Jetzt habe ich das wieder voll gemacht. Ich bin bescheuert. Ich bin echt bescheuert. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte den Ofen hier auslangen. So. Das liegt mich doch fett, ey. Das kann doch nicht sein, so ein Schweinefall. Ey, Ike, ihr habt doch bestimmt vier Sand. Sand. Tyrox, wir haben sechs Sand. Die kannst du gerne alle haben. Oh, vielen Dank. Was? Es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, äh. Hä? Hm? 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 Nee, ähm, ich bin nämlich gerade daran, den Blueprint Projektor herzustellen und wenn ihr die Quest braucht, dann, ne? Dann gebe ich euch die. Mhm. Gesundheit. Ist mein Scham. Äh, oder das? Ich weiß halt immer noch nicht, was, ja, was man da mitmachen kann. Gesundheit. Aber. Bloop. Auch nur für den. Äh, Convex-Linsen und Con-Half-Linse. Ähm, genau, hab ich auch noch... Achso, ich wollte Dings herstellen, Cruiser Bits. Und halt noch ein bisschen Eisen, aber das ist ja... Seventy-Stick. Ne? Hm. Ehm. Äh, jetzt weiß ich, warum ich unten war. Ähm. Ich glaub das mit dem, ähm, Dings könnte noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt erst es wahrscheinlich essen muss. Hm? Haben wir doch irgendwo noch ein bisschen Redstone, haben wir doch. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ja. Ja. Und einfach noch ein bisschen Glowstone hinterher reingeschmissen und dann wird das irgendwie schon gehen. Gesundheit. Perfekt. Ich weiß. Mann! Tessa! Mann, wie redest denn du von Cece? Nennst du einfach Tessa! Also wenn, 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 ne? Wenn, 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 ja, ja, okay, ja. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, wir verstehen dich nicht. Hm. Ich mich auch nicht. Das wär ja auch seltsam, wenn du dich selbst verstehen würdest. Was? Das ist mir grad unzu hoch. Was? Also, warte mal, es wär zu krass, wenn, wenn ich mich selbst verstehen könnte. Ja. Das wär auch schon krass. Irgendwie so. Irgendwie so. Nein! Och Mann, du stehst den Weg hier! So. Du. Du. Nimm die mal kurz. Okay. Und warum? Ich kann mal zu euch rüber gucken. Ja, warte mal. Was soll ich sagen? Ähm. So. Moin. Auf jeden Fall. Ähm. Was mach ich? Was mach ich damit? Was mach ich damit? Oh. Ja, perfekt. Was mach ich jetzt? Braten? Schmelzer? Das flüssige Teil hat nicht irgendwie... Malvin, ich bin jetzt mal kurz... Ich bin jetzt mal kurz weg. Ja, okay. Ähm. Nimmst du bitte nichts aus dem Ofen hier raus? Oder wenn du das Eisen da rausnimmst, dann... Mach's in die... in die untere Kiste. Ich hab nicht vorgehabt, was rauszunehmen. Ne, ich meine Malvin. Ach so. Ach so, jetzt kannst du was rausnehmen. Nein. Nicht du. Drinnen. Aber gleich! So. Kann ich das Crushed Iron... Iron rausnehmen, oder wie? Ja, sozusagen. Aber das kannst du ja eh nur schmelzen. So, Arvin, jetzt ist mal weg. Okay. Okay. Ähm. So. 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 Ja. Äh. Ich muss gerade selber erstmal gucken, wie ich das hier mache. Weil ich... Ein bisschen andere Ordnung reinbringe. Ähm. Hier haben wir die Bäume. Dann kommt hier das Holz rein. Ähm. Ähm. Das waren... Akazien. Shit. Das bleibt da drinnen. So. Wir könnten sogar Witchwater herstellen. Dann kann man sogar Sehnsand automatisieren. ja das möchte wohl jemand so wie sich das angehört hat würdest du mal bitte weißt du wie das hier geht mit den sperren und entsperren und den ja dass du die steine aber hier alles ordentlich in der reihe nach oben legst ich bin zu oft noch umgesprungen dass ich nicht rauskomme okay ich mache schon ich dachte du hast mich kabel stone am besten als erstes körper ist und dann dann den clean stone dann die stone bricks und dann die restlichen steine alle hier hoch zum brink haben wir keine mehr so das habe ich angelegt mit den stone bricks das hast du falsch herum gesetzt dann baust ab und setzt es richtig rum du wirst doch bestimmten als dem inventar haben dann gehst du dir eine kraft und haben genug diamanten wir haben ja elf stück drin ich hab nicht raus ach schatzi warum kommst du da nicht raus ich bin zu dumm dafür na das will ich dir nochmal hören mein kraft geranker ist zu dumm dafür ich habe es nicht raus das ist zu tief du musst hier drüben beim loch da ist es genauso hoch gold herstellen ah ich weiß weil ich jedes mal im stern noch vertiefe ich könnte eigentlich im hintergrund was im hintergrund ich höre meine kinder das nervt mich so gerade jetzt muss ich selber gucken das mal ganz kurz hier rein dann muss ich jetzt mal ganz kurz dahin setzen so dann wo ist der kaktus hin da hast du zu wo hab ich jetzt kacktein seeds ähm müssen hier in der kiste sein melon accident gras nee da müssen wir anderes durchsieben ok dann kartoffeln und karotten seeds potato seeds dann hast du denn einmal ja den habe ich bitteschön bitteschön was denn von oben das war zuckerrohr so zuckerrohr kommt dort rein so die reeds seeds kommt dort rein und das kommt dort rein so ist das ein bisschen sortiert und das ist sortiert ähm melons seeds kommt und questbuch wieder den habe ich hier habe ich im inventar ich bin noch nicht ganz fertig da unten ich muss noch auf die teile warten weil ich craft auch gleich noch ein paar mehr also stone barrels weil ich die lava automatisation vielleicht also die lava automatisation mache ich veracht oder verneunfacht und dann kann ich dann auch gleich noch obsidian herstellen und close to end stone können wir im übrigen auch herstellen mit close down und job und gab mir unten ein so ein barry platzieren ich habe gerade bloß die in laba laba hier nimmst du jetzt nicht raus oder die brauche ich die brauche ich eigentlich für hier kannst du hier hinten die da war mal kurz sitzen aber ich habe keine stunde ja gibst du mir erstmal den eimer aber ich tue das dann automatisieren ich sage dir dann bescheid und dann geht das würdest du oben das hier mal durchbrennen da hast du brennstoffclay mitgekriegt weil ich dafür auch schon was angelegt habe oben so genau so so brennt durch sehr schön ey dieser stern der stern nervt der stern nervt guck mal blava aus der anderen kam es zur produktion oh das war falsch so und so jubb werden alle befeuert ich muss das nur noch alles klar alles ach ich habe den stern ja nicht mehr drin stimmt ja da war ja was hast du im winter hast du im winter ja wo bekommt man denn noch die gold chemikalie raus außer aus gold wie kriegst du beide quests hm ich weiß woraus aus quests schatz schatz wie voll ist dein inventar fast leer ok nimmst du hier mal den kabblestone aus der aus dem tüdelü raus und hier alles rein darf ich den umkraften darf ich den umkraften ja darfst du auch machen der wird ja gerade nicht wirklich benötigt so oh einmal so eine transfer not item da rein eins da unten dran oh gott haben wir eine french ich glaube nicht aber das kann man auch so belassen das da rein das da rein und das da rein das alles klar welche war jetzt mit kabblestone voll so die hier ich brauche weil ich das ganz kurz hier unten brauchte zum sperren mhm so jetzt wird hier lava hergestellt cool war jetzt brauchen wir noch irgendwas das lava raus gezogen wird ich weiß so brauchen wir aber einige von den dingen da sechs stück brauche ich noch aber guck mal du hast hier schon wieder fast einen eimer drin mhm aber der essi ist voll fast ja und das wird dann alles automatisiert hier unten teilweise wie so ist das ist ja so wie 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 wie